hallo leute und ein herzliches willkommen zu einer neuen runde overwatch ja heute spielen wir die gute mei oder mei schwierigkeitsgrad 3 hd so und mal sehen wir jetzt auch die runde hier wieder wird vielleicht wird es ja ganz gut so ich weiß auf jeden fall nicht ob ich mit der defensiver spielen zu oder eher aggressiver weil wir wissen die gegner ja einfrieren na gut aber auch nicht unbedingt haben wir noch diesen anderen schuss hier kommt schon ja genji ich rede ich ein ach miss also die wände muss ich auch auch sagen das ist mir mal aufgefallen die kann man auch gut taktisch benutzen und zwar kann man ja so eine wand einfach platzieren und er zieh mit ist als beispiel unten drunter somit kannst du den ja nach oben befördern sowas kann man eigentlich auch ganz gut benutzen so da sind auf jeden fall jetzt die gegner schon die trinken auf jeden fall sehr schnell vor kommt schon eine wand hier so ach die schieben dann trotzdem den wagen weiter ich dachte das ginge dann vielleicht gar nicht durch die wand ok gut zu wissen so kurz hier in den eisbock rein gut wir regenerieren uns ja dabei so wieder mega die gute die kann aber echt schnell abfahren jawohl der eine treffer grad eben auf die war sehr schön das muss ich mal so sagen er war so gesund das haben wir wieder wieder wissen so wo wäre es das denn ja das ist dumm fest ja stimmt hab grad ganz vergessen wer das da hinten ist so kommt schon wo kann so kommen her jawohl sehr schön heilung hier so gut unsere ulti ist auf jeden fall bereit dennis euro talk wollte gerade sagen reinhard so kommt schon jawohl das ist die gute wird auch schon wieder so gesundheit haben wir jetzt wieder wollen einfrieren sehr schön weil ich noch einer gerade können dann bin ich wieder paranoid jawohl sehr schön wo also die macht spaß muss ich sagen die macht mir spaß sehr gut regeneriert haben wir dahin kommt ein reinhard hoch oder doom fest jawohl sehr schön und zack den haben wir wenigstens noch weg einbrennen schnell so jawohl 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 und jetzt das action dort weg machen so sehr gut mal schauen wo diese gegner sind ja da unten kommen sie da haben eine vorherigen treffer worden schon besser mit da kann ich echt besser spielen als mit anderen komm schon der könnte jetzt hier zum problem werden jawohl 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 der ist runter gefallen so regeneriert haben wir auf jeden fall ein bisschen nein ach man die blöde falle jetzt schade aber war eine schöne killstreak jetzt hier neun spieler killstreak auf jeden fall sehr schön jawohl jawohl wir gewinnen alle zusammen bleiben gewinnen wir gewinnen wir gewinnen wir gewinnen die runde so wie es aussieht ich möchte gerne noch mal meine ulti dort reinhauen jetzt kommt schon ich muss irgendwelche schneller dort hinter und behandelt ist kommt schon und jetzt die werden jetzt eingefriert sehr schön ich glaube die ulti hat gut reingehauen noch mal so verlängerung herrscht aber gerade müsste schaffen was er war auf jeden fall sehr schön gerade schon mal so da anfangen wir probieren mal von hinten zu kommen jawohl na chancred so sehen wir uns wieder aber diesmal bist du weg gut wenigstens chancred jetzt haben wir uns gerecht für den einen tothorn gerade eben wegen seiner falle auf zum ziel also zur fracht schon mal eine eiswand hochgeklettert und schon gut wir sind da der torpion stellt hier ein geschütz auf sehr schön oh nein schnell einfrieren kann wohl das damit überleben wenn man eingefroren ist ach mist ach der chancred schon wieder na der haut gut rein bei uns der ist sowieso ein sehr starker als zumindest vom schaden ist ja aushalten tut er nicht so viel finde ich hat er glaube ich nur 200 gesundheit aber der macht gut schaden auf jeden fall kommt schon jawohl der roboter ist gleich weg sehr schön wow einfrieren jawohl so kommt schon ich will ja eigentlich noch ein bisschen warten weil ich die ult hier sehr gerne einsetzen möchte oh oh komm schon ulti oh ach nein der hat auch seine ulti eingesetzt Mist aber ich glaube wir haben trotzdem mit holte den hinter dem eingefriert nein wir haben den checkpoint erreicht oh oh nicht gut ganz und gar nicht gut kommt schon nein da ist das schwein nicht das schwein oh ich habe ihn eingefroren Hilfe Hilfe oh jetzt geben sie nochmal alle sie die gegner aber an sich kann ich mich bei der runde jetzt hier grad echt nicht beschweren das ist eine schöne runde so bin ich verdammt overpowered kommt schon zack und runter her so einfrieren und braucht da auch den roboter sehr schön oh da ist die diva jawoll ist auch weg so ein so und ulti jawoll die werden eingefroren da ist der helden bisschen zu viel aus so da oben ist jemand kommt schon Mist treffe ich nicht kommt schon einfrieren oh jawoll ne die gegner geben jetzt schon wieder alles ja so so jawoll jawoll setzt ihre ulti ein sehr schön zumachen sehr gut er kommt nicht rein jawoll jawoll sehr schön so leute da würde ich sagen war es das hier wieder mit dem video wir haben die gute maya jetzt gespielt wie ich finde ein sehr cooler held also den werde ich auf jeden fall des öfter jetzt auch nochmal zocken so im privaten auch wahrscheinlich in videos der gefällt mir richtig gut ich schaue hier nochmal ganz kurz noch ein skin hm also welcher würde mir denn hier gefallen jeti jägerin hm das gefällt mir eigentlich ganz gut sieht schön aus mir gefallen die schuhe dort unten ja also am besten gefällt mir eigentlich jeti jägerin so ok leute dann würde ich sagen war es das erstmal mit dem video schreibt mir gerne die kommentare ob ihr wieder eine längere overwatch folge sehen wollt wieder mal und ja das wars haut rein und ciao